Im heutigen Video werden wir uns mal Panel Finance ein bisschen genauer anschauen. Und zwar ist das ein DeFi Projekt, was dieses Jahr schon unglaublich in Fahrt aufgenommen hat. Und zwar nicht nur was das TBL angeht, sondern auch was den Token angeht. Meines Wissens nach gibt es im gesamten DeFi Space keinen Token, der dieses Jahr besser performt hat als Panel Finance. Ich glaube der Token hat dieses Jahr schon knapp 20x gemacht, deshalb lasst uns das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen. Also dann lasst uns auch direkt rein starten und zwar ist Panel Finance ein sogenanntes Yield Trading Protocol. Was das genau bedeutet, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Auf jeden Fall findest du es derzeit auf drei verschiedenen Chains. Einmal Ethereum, einmal Arbitrum und einmal die Binance Smart Chain. Jetzt wenn du dir mal da die Entwicklung ein bisschen genauer anschaust, bei die Verlagerung, dann stellst du fest, dass Panel Finance schon relativ alt ist. Irgendwann mal gestartet im Juni 2021, hatte dann eine sehr lange Durststrecke und ist eines der ganz wenigen Projekte, was sich nach so einer Durststrecke hier erholt hat. Und wie du auch hier erkennen kannst, in den letzten paar Wochen und Monaten unglaublich in Fahrt aufgenommen und aktuell absolut im Boom. Aber nicht nur das TBL hat sich so entwickelt, sondern auch der Tokenpreis. Und zwar, wenn du mal hier schaust, ganz zu Beginn war der Tokenpreis Mitte 2021 mal ungefähr bei 2 Dollar. Danach ging es den Sprüngen immer und immer tiefer. Danach kam diese lange, lange Durststrecke und erst dieses Jahr hat der Token wieder so richtig in Fahrt aufgenommen. Genauso auch wie das TVL. Wenn du dir mal die Performance von diesem Jahr anschaust, das ist jetzt nur dieses Jahr. Irgendwo hat der Token gestartet bei, ja, zwischen 4 bis 5 Cent. Mittlerweile stehen wir bei 73 Cent. Kurzfristig waren wir sogar hier schon bei knapp einem Dollar. Das heißt, der Token hat hier teilweise schon über 20x gemacht, allein dieses Jahr. Und wenn man so einen Verlauf sieht beim TBL und beim Tokenpreis, dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommt es? Lass uns an der Stelle am besten mal starten mit dem Use Case von Pendel Finance. Was denn überhaupt Pendel Finance so besonders macht? Und zwar, wenn du mal beispielsweise hier bei DivaLama nachschaust, wo du derzeit eine hohe Rendite verdienen kannst. Da findest du hier Pools mit einer APR oder APY von 14.000%, hier 6.000%, 3.500%, 4.300%. Unglaubliche Renditen, die du ja teilweise in unterschiedlichen Pools verdienen kannst. Aber ich kann dir eins garantieren, wenn du in so einen Pool reingehst, dann wird schon allein morgen die Rendite mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit deutlich tiefer sein, als die Stand heute ist. Und die Erfahrung hast du sicher auch schon gemacht im Tieferspace, dass du in irgendwelche Pools reingesprungen bist, weil es da hunderte Prozent gab, und dann bist du in den Pool rein und dann war es nur eine Frage der Zeit, bis die Rendite immer und immer und immer und immer tiefer ging. Da wäre es doch cool an der Stelle, wenn man diese Rendite irgendwie fixen könnte. Dass man ganz genau weiß, hey, die Rendite, die ich heute bekomme, das ist auch noch die gleiche in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Das wäre doch richtig cool, oder? Und das ist im Wesentlichen auch genau das, was Pendel Finance macht, dass du hier eine fixe Rendite erwirtschaften kannst auf Assets, wo du normalerweise nur eine Variable Rendite bekommst. Und wie die das machen, läuft über die sogenannte Yield Tokenization. Also wie es im Namen schon drin steht, Yield, also die Rendite, die wird quasi tokenisiert. Und das läuft im Wesentlichen so, dass du irgendeinen Yield Bearing Token nimmst, wie jetzt beispielsweise Staked Eater, also wo du die ganze Zeit Staken Rewards drauf bekommst. Dann wird dieser Token zunächst mal gerappt und dieser gerappte Token wird dann unterteilt in einen Principal Token und in einen Yield Token. Also so, dass du quasi die Rewards, nur die Rewards, als separaten Token hast. Und genau das erlaubt Pendel Finance, dass du da im Prinzip verschiedene Yield Strategien damit fahren kannst, um beispielsweise eine fixe Rendite zu erwirtschaften. Wie beispielsweise hier auf gestaked Eater, wo du hier draufklicken kannst. Und dann siehst du beispielsweise, dass du hier eine fixe Zinsrate von 3,66% pro Jahr bis zum 30. Dezember 2027 dir fixen kannst. Dass du ganz genau weißt, hey, in einem Jahr bekomme ich nach wie vor die gleiche Rendite. Oder wenn du hier zurückgehst und dann oben links auf Liquidity klickst, dass du auch selbst in Liquidity Pools gehen kannst. Und da das genau gleiche Spiel, auch hier bei gestaked Eater, dass du bis zum 30. Dezember 2027 eine fixe APY von 6,43% dir sichern kannst. Wo du ganz genau weißt, das ist die Rendite, die ich bekommen werde. Kombiniert wird das Ganze hier mit diesem Vote Escrowed Modell. Das Modell könntest du eventuell schon von Curve kennen oder auch anderen DFA-Projekten. Das läuft hier relativ ähnlich, dass du den nativen Token, diesen Panel-Token, einloggen kannst für sogenannte VE-Panel-Tokens, also Vote Escrowed Panel-Tokens. Und je länger du das Ganze logst, desto höher auch deine Voting Power. Du kannst das beispielsweise hier bis zu zwei Jahre entsprechend loggen. Dann hast du die maximale Voting Power. Aber die Voting Power nimmt im Zeitlauf dann immer mehr ab. Und damit du dann wieder aufs Maximum hochkommst, kannst du quasi dauerhaft das Ganze oder ständig das Ganze verlängern, sodass du wieder die maximale Voting Power hast. Jetzt warum sollte man hier seine Tokens einloggen für bis zu zwei Jahre sogar? Das bringt im Wesentlichen die Vorteile, dass du hier zum einen deine eigenen Rewards boosten kannst, dass du also selbst eine größere Rendite bekommst. Zusätzlich bekommst du dann noch die ganzen oder bekommst einen Teil von den ganzen Gebühren, die das Protokoll einnimmt. Und zusätzlich hast du dann hier auch noch diese Voting Power, dass du selbst bestimmen kannst, in welchen Pools die meisten Rewards ausgeschüttet werden. Jetzt habe ich ja eingangs erwähnt, dass durch diese Yee-Tokenization, dieser ursprünglich gerappte Token unterteilt wird, zum einen in diesen Principle-Token und andererseits hier in diesen Yee-Token. Und das sind auch beides Tokens, die du theoretisch natürlich auch traden kannst, und zwar direkt über den AMN von Pendle, also den Automated Market Maker von Pendle. Und das ist auch direkt hier in der Webseite integriert, indem du oben rechts hier statt der Earn-Funktion wechselst zur Trade-Funktion, dann siehst du auch hier, dass sich die Benutzeroberfläche geändert hat, dass es plötzlich im Dark-Modus ist. Also an der Stelle kannst du schon bemerken, alles was mit Dark-Modus ist, das ist eher für die Profis, und alles im Light-Modus, das ist dann eher für die Anfänger geeignet. Spaß bei Seite, hier kannst du dann noch zusätzlich eine fixe Rendite wirtschaften, auch auf andere Assets, und du kannst auch hier diesen Yee-Token entsprechend traden. Aber gerade was das Trading angeht von diesem Yee-Token, da würde ich dir empfehlen, dass du auch, ja, wirklich deine House-Aufgaben machst, weil wer da nicht ganz genau weiß, was er tut, der verbrennt sich in aller Regel nur die Finger. Jetzt mal ein persönlichen Fazit, also ich persönlich finde Pendle Finance rein konzeptionell gesehen, eine super interessante Geschichte. Gerade durch diese Unterteilung in diesen Yee-Token, dass man dann eine fixe Rendite anbieten kann, das ist was, was es so einfach im DeFi-Space zuvor noch nie wirklich gegeben hat, weil, sind wir mal ehrlich, im DeFi-Space, die ganzen Renditen sind meistens hochvolatil. An einem Tag 18%, dann nur noch 11%, dann plötzlich wieder 27%. Also das ist ja, ich sag mal, eher der Standard als tatsächlich die Ausnahme. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass gerade für viele Leute, die vielleicht vom Thread-Fall kommen, also vom traditionellen Finanzsystem, dass für die so ein fixer Zinssatz deutlich attraktiver ist wie sowas, was einfach stark schwangt. Und vor allem gibt es dann als Investor natürlich auch so ein Stück Weltplanungssicherheit, wenn du dann ganz genau sagen kannst, hey, in einem halben Jahr oder Jahr habe ich nach wie vor diese Zinsen, das heißt, wenn ich so und so viel Geld investiere, bekomme ich genau so und so viel raus. Und diese Planungssicherheit gibt es bisher im DeFi-Space eigentlich so gut wie gar nicht. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass gerade für Leute, die vielleicht mehr auf Sicherheit aussehen, dass es für die eine ziemlich interessante Geschichte ist. Jetzt für mich persönlich ist Pendant Finance als Investor weniger attraktiv. Das liegt ja allerdings nicht am Protokoll, sondern wahrscheinlich primär an meiner eigenen Investmentphilosophie. Für mich persönlich ist im Kryptomarkt Cashflow eher Nebensache. Ich persönlich bin stark fokussiert auf Kursgewinne, wenn ich sogar gehebete Kursgewinne. Und ein Trader bin ich auch nicht. Die eine Sache, wo ich mir persönlich noch so ein bisschen unsicher bin, wo ich einfach gespannt bin, wie sich dieses Protokoll entwickelt, ist, also ich meine einerseits Grundidee hier, fixe Zinsrate auf Stablecoins oder auch beispielsweise gestaked Ether. Das ist relativ leicht verständlich. Da kann ich mir gut vorstellen, dass es mal Mainstream wird. Aber wenn man sich mal ein bisschen tiefer mit Pendant Finance auseinandergesetzt hat, gerade was dieses Trading und so weiter angeht, da wird es relativ schnell relativ technisch. Ich würde behaupten, das ist ein ziemlich tiefes Rabbit Hole, wenn man da dann sich ein bisschen tiefer einarbeitet. Und da bin ich einfach mal gespannt, inwiefern sowas tatsächlich Mainstream werden kann. Aber bisher die Entwicklung, gerade in den letzten paar Monaten und auch was den Tokenpreis angeht, einfach nur beeindruckend. Von daher bin ich mal gespannt, wie sich Pendant Finance in der Zukunft weiterhin entwickeln wird. Bis zum nächsten Mal.